Hallo und herzlich willkommen zu Let's Change Minecraft. Auf Luke und Watte-App, wo jetzt jahrelang nichts kam. Gefühlt jahrelang. Ja, ich glaub sogar ein Jahr nur war das. Letzten Dezember hatten wir, glaub ich, die Sachen rausgehauen. Ja, Jumpmap, ne? War das letzte, glaub ich. War Jumpmap letztes Jahr oder... Weiß ich gar nicht mehr. Ja, oder Anfang dieses. Ne, ich glaub letztes. So, 20 Minuten haben wir Zeit. Danach wird die Karte übergeben an LEB-Let's Plays und Sandra. Ja genau, die auch bei uns im Let's Play mitmachen bei Minecraft. Richtig. Also wir machen bei denen mit oder wie auch immer. Ja, wir machen halt zusammen Let's Play Minecraft. Schwarzeichenholz ist das. Ja, hab ich auch grad gelesen. Ja. Also ich erklär mal kurz, was wir jetzt hier machen. Wir hatten das zwar schon mal auf unserem Kanal, aber da ist ja jetzt auch wirklich schon mal was her. Jeder Team, also drei Teams sind wir, hat Zeit, 20 Minuten lang hier in Minecraft zu bauen, Ressourcen zu farmen und für die anderen vorzubereiten. Danach, nach diesen 20 Minuten, wird die Welt übergeben an die Nächsten. Und ja, die machen dann das Gleiche für 20 Minuten, bis der Nächste dran ist. Und wir wollen jetzt schon richtig vorlegen, ey. Ich hab schon eine Workbench, die tue ich auf den Hügel vorne. So. So, ich... Dann machen wir auch schon mal schnell eine Workbench. Hier oben direkt schon. Damit ich nicht hier laufen muss. Dann mach ich mir jetzt schon mal... eine Holzachst, einfach damit es schneller geht. Hab ich schon mal, ja. Aber wir hatten ja irgendwo eine Höhle, ne? Ja, die war auf der anderen Seite von dem... Nicht in Richtung Berg, sondern in die andere Richtung, hatte ich eine gesehen. Ja, Richtung. Dahinten, wo wir angefangen haben, in der Nähe. Ich glaub das, meinst du das? Ja, das meinst du. Oh, ich sehe direkt schon Eisen. Klar. Direkt schon hier unten auch noch eine Workbench, ne? Äh, so. Hast du Zeit gestoppt? Ja, wir sind bei zwei Minuten jetzt. Bei zwei Minuten sind wir schon am Fasern, ey? Ja. Jawoll, jetzt mal direkt Eisen, ey. So muss das sein. Und direkt Kohle! Juhu! Boah. Da hat ja auch Laura gesagt, die wollte das mal unbedingt mal machen, ne? Dieses Let's Change. Das ist eigentlich auch eine coole Idee. Es ist auch eine richtig coole Idee. Da weiß man nie, was einen erwartet, so. Ja, vor allem, da wir die Folgen ja vorher nicht gucken dürfen. No. Wir dürfen, äh... Bis wir wieder dran sind, dürfen wir bei, äh... Laura nicht gucken und auch nicht, äh, bei Tobi. Erst danach. Nicht witzig, ey. Doch, ich hab schon 13 Kohle. Boah. Ich bin hier gerade noch mehr Holz am Farm. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis ich gleich das Holz, äh, bis ich gleich das, äh, Haus aufbaue. Oh, wie viel Eisen ist hier? Und ich hab jetzt schon 10 Eisen. Boah. Jawoll, äh. Der Linger war richtig vor. Haben, glaub ich, noch nicht mal 5 Minuten Aufnahmen, oder? Nein, wir haben erst 3 Minuten 30. Jawoll. Aber, die Hülle ist nicht groß, leider. Aber, gute Ausbeute. Stimmt wohl. Dann direkt in die nächste... Oh, hier ist mehr Eisen. Ehe. Also, der erste Holzspitzsacke kaputt. Warum wieder aufstellen? Äh, ja. Er ist, die ist auch klein. Ballert setzt die hier, guck mal wo ich stehe. Siehst du, ich seh's. Ja. Da, ja. Das ist die genau. Da, gerade in der... Oh, hier ist noch was. ...die rechten Bildschirm-Ecke. Falls die Zuschauer das nicht genau gesehen haben. Oh, ein Diorit nehme ich auch mal mit. Oh, mehr Eisen. Boah. Nein. Bau ab. Du Sau. Noch mehr Eisen. Oh, es fängt ja zu regnen. Holz. Nachpflanzen. Äh, ich dürfte jetzt, glaube ich, schon mal genug Holz für ein Haus haben. Dann fange ich das schon mal an. Ansonsten muss ich gleich halt noch mal zurücklaufen. Äh, ich baue das Haus an den See. Ne, ist doch eine schöne Idee. Ja. Und wir haben Hasen auch. Ich glaube, das freut Laura sehr. Kann sie einen Hasenstern ausprobieren? Ja, wenn sie direkt welche einsperren. Ohne, dass sie vielleicht ausflippen. Ja, ey, Killerkaninchen, ey. Die gar keine sind, aber trotzdem so agieren. Alter, geht das hier tief rein. Oh, warte, 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 warte. Der ist schon Monster, oh, Gott. Oh, du willst gar nicht wissen, wie viel Eisen ich schon habe, ey. Wie viel hast du denn? 33. Was? Ich glaube, das ist ein Rekord. Wir haben ja fast sechs Minuten. Das müssen die anderen erst mal nachmachen, ey. Jetzt hier, wie komme ich denn raus? Das ist die Tür. Er wollte noch mehr Eisen. Das hat er gar nicht mehr auf. Patal wäre es jetzt bei mir, wenn meine Maus gleich leer geht. Die hatte nämlich eben schon rot gehabt, aber ich habe nicht dran gedacht, die anzuschließen. Aha, aha. Ja, das wäre echt scheiße. Würde ich Zeit verlieren. Weil das ja so zeitabhängig ist hier. Bisshacke kaputt gegangen. Oh, jetzt muss ich mich mit der Holzbisshacke hochbauen, ey. Ich kriege Affen. Ui. Oh, jetzt habe ich den Hasen ins Wasser geschubst. Was wollte ich denn? Das war so ein kleiner noch. Ich wollte nur, dass der runter geht. Ist der wieder raus? Ja, sieht so aus. Er wollte wieder Eisen. Boah. Das ist halt gleich so viel, ey. Das müssen die anderen erst mal nachmachen, ey. Und die anderen dürfen jetzt auch unsere Folgen nicht gucken, ne? War doch auch so. Richtig. Richtig. Oder mich wieder. Na, ich sehe was. Was? Wo sind die Eingang? Ach das. Ähm. Hast du auch Steine, dass du im Ofen machen kannst? Ja. Dann würde ich nämlich schnell Gläser machen. Da habe ich noch was coole gesehen, die ich neu holen kann. Das ist dann direkt auch schon mal eine Truhe, die wir den anderen ja hinterlassen, ne? Mit dem ganzen Kram. Genau. Von da aus. So, da war ich jetzt. Ich habe übrigens jetzt 43 Eisen. Boah. Ey, das ist ja heftig. 45 sogar. Das ist echt heftig. Und die Minecraft-Musik fängt bei mir an. Ding. Ding. So. Also habe ich gleich Cola und dann können wir die auch mal hinterlassen. Aber du hast ja eh auch schon bestimmt ordentlich Cola gefunden, ne? Äh, ja, ging. Nicht so viel wie Eisen. Okay. Nicht so viel wie Eisen. Ja. Boah. Hallo. Hallo. Ich muss noch was machen. Na. Da, Glas fertig. So. Glasscheibe. Und dann können wir die hier einsetzen. Ich habe schon mal ein Schwert für dich. Ach, cool. Nein, hier ist ein Schwert. Dankeschön. Oh, habe ich ja gar nicht gegeben jetzt. Warte. Danke. Ich schnetze dann mal kurz die Kühe dahin. Oder lassen wir denen sogar noch was essen, ne? Okay, das lasse ich mal lieber. Oh, wunderbar. Den Hasen lasse ich jetzt auch mal ganz für Laura. Ah, da hinten sind Schweine. Das ist gut. Na, komm, jetzt noch mehr. Ohne spinne. Elf Minuten. Ja. Boah, jetzt hätte ich jetzt jede Menge Kühe. Jawoll. Aber nicht alle kaputt machen. Ne, ne. Dann können wir die Kühe noch gezüchtet werden. Ah. Ohne. So, Haus hat jetzt auch einen Fußboden aus Holz. Irgendwas kann ich noch machen? Kann ich noch irgendwas machen? Kann man ja immer noch ändern, ne? Ich guck grad. Da ist ne Hexe, da ist ein Zombie. Ich könnte Pilze für Ilze holen gehen, wenn die Erwachsenen die Großen nicht holen. Ich komme zurück. Alles klar. Und das sind auch Schafe. Wir können sogar schon Betten machen. Jawoll. Mach mal schnell eine Schere. Ich geh mir die schnell abholen. Oh ey, das ist genial. Schere liegt vorm Ofen. So, jetzt möchte ich mal kurz ein bisschen sortieren hier. Noch richtig viele Sachen einfach. Muss ich die Schere? Ja, die Schere auch. Äh, oder muss ich das hier? Kann ich ja schon mal rein. Mist, ich kann nicht mehr rein. Ja, Essen ist grad bei mir im Ofen. Erstmal die Schafe. Boah, soll ich mal so dreißen und seid von der Eisenrüstung gefahren? Nee, lass mal, lass mal. Hey, mach ich doch nicht. Schauen wir rein tun. Wer geht das bei Minecraft, Alter? Oh nein, da kommt Probe. Ah, Mist. Verdammt. Von dem komm ich nicht ran. Da sind noch mehr. Gut, dann muss ich doch lieber zurück. Oh je, Creeper. Monster sind jetzt über... Ah, noch ein Creeper. Ah, da hinten ist glaub ich auch ne... Ja, da hinten ist ne Hexe. Und ne Hase. Ah, da bist du. Bring ich was mit? Äh, ja, ein Zombie oder so. Weiß ich mal. So, dann mach ich uns mal schnell backen. Ne. Zwei Wände. Boah, ey, wir haben echt richtig viel geschafft in der Aufnahme, ey. Krass. Pass auf, jetzt mach ich noch ne Druckplatte vor die Tür. Boah, das war richtig... Luxus schon. Echt so. Boah ey, das ist echt genial. Können wir noch Rindfleisch in den Ofen packen, wir haben noch 5 Minuten. Was, 5 Minuten haben wir noch? Ja. Ja. Das packe ich schon mal weg. Halt dich erstmal noch Vorsicht zusammen. Guck mal, wie viel Eisen wir einfach haben. Oh. Ah. Hast du jetzt die ganze Zeit auf und zu gemacht? Mh, da müssen wir aufpassen. Ja, Holz haben wir, wir haben zwei Türen. Ja, man stellt ja jetzt direkt drei her. Oh, 39 Eisen noch übrig. Fackeln im Haus. Oh. So. Also besser geht's nicht. Echt so. Mega gut, ey. Können uns ja hinlegen. Mal Tag machen. Für die letzten Minuten. Guck mal, die ganze Folge. Zack, 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 zack. Ah, wunderbar. So, 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 so. Boah, da haben die es ja echt bei der nächsten auch richtig gut, ey. Mhm. Boah, wir haben sogar ne Schlucht hier. Oh, ne? Boah, das ist ja... Einen besseren Startpunkt kann man eigentlich nicht bekommen. Ich bring jetzt übrigens auch Kürbisse mit und wir haben hier Kühe ohne Ende, ne? Ey, das ist so heftig. Das hab ich noch nie gesehen. Aua. Hilfe. Was ist los? Aua. Vergiftet. Oh. Ne Hexe? Ja. Aua. Aber an Gift kannst du nicht sterben. Aua. Sicher? Aua. 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 Ein halbes Herzchen. Den Hexe ist tot. Aua. Mega vergiftet. Oh, 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 oh. Heile noch dazu. Hehehe. Ja. Wir haben Zucker und einen Trank der Heilung. Also, hören wir mal hier, ne, also. Und Kürbisse. Verträgte Heilung kann ich direkt erst mal nehmen, ey. Boah. So eineinhalb Minuten haben wir noch. Eineinhalb Minuten? Ich würde sagen, dann schnetzen wir noch irgendwelche Sachen weg. Immer das weg, das weg. Einfach nur mit dem Schwert draußen schnetzen. Hast du mal eine tolle Mütze gesehen? Ja. Das ist echt wunderschön, ne? Leder. Ledermütze. Pfeil habe ich hier. Mal gucken, ob ich was finde. Was ist das hier? Können ja noch ein paar Kühe mitnehmen. Sind so viele da. Und ich hatte schon Angst, dass du alle umbringst. Das ist gar nicht möglich hier. Da hinten sind nur mega viele, auf diesem riesigen Feld. Das ist nur eine richtige Idee, was ich noch zum Schluss machen werde. Was ist das hier? Boah, ey, das ist ja... Aber freuen wir an die Nächsten mit Sicherheit nicht. Das stimmt wohl. Boah, das geht immer weiter. Wie lange haben wir noch? Das geheime Q-Level aus Diablo. Oh, wir müssen zurück. Nix mehr machen, ab jetzt. Ja, ich tue schon mal die ganzen Sachen rein. Also ich bin jetzt hier schon dahoam. Jo, ich bin auch fast da. So, dann warte, 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 warte. Guck dir mal die schöne Blume an, übrigens. Deine Ledermütze darfst du nicht vergessen noch auszuziehen. Ja, stimmt. So, da rein, da rein, da rein und wir sind fertig. Wie lang haben wir jetzt? Okay, 21 Minuten. Jawohl, dann tschüss und viel Spaß bei Laura und Sandra. Richtig, tschüss. Tschüss.